Margarete Lenner, auch Marga Lenner, verheiratete Margarete Gräfin Eichelburg, war eine deutsche Stummfilm- und Theaterschauspielerin. Leben Margarete Lenner begann ihre Bühnenlaufbahn 1917 in Hanau. Nach einer weiteren Verpflichtung in Frankfurt am Main spielte sie am Neuen Theater und den Kammerspielen kehrte sie 1919 in ihre Geburtsstadt, Hamburg, zurück, wo sie von der dort ansässigen Produktionsfirma WRA Filmwerke GmbH ihren ersten Filmvertrag erhielt und noch im selben Jahr in Brutal vor der Kamera debütierte. In der Folgezeit wurde Margarete Lenner häufig besetzt. Allein 1920 einundzwanzigstel sah man sie in nahezu einem Dutzend Filmen an der Seite von nach Hamburg, gereisten Stars wie Emil Jannens und Konrad Veit. Es waren durchgehend Produktionen von künstlerisch minderer Bedeutung in denen Margarete Lenner meist die weibliche Hauptrolle erhielt. In Sklaven der Rache spielte sie sogar eine Doppelrolle. Inzwischen in Berlin eingetroffen setzte sie dort 1924 ihre Filmkarriere mit Hauptrollen in weiterhin unspektakulären Produktionen fort. Ihre Mitwirkung in Fritz Langs legendärer Inszenierung Metropolis beschränkt sich auf eine bis dahin seltene Nebenrolle. Kurz vor Ende des Stummfilm-Zeitalters nach einer weiteren Reihe von neben- und seltener werdenden Hauptrollen, beendete Margarete Lenner ihre Arbeit für das Kino weitgehend. Im Tonfilm war sie lediglich 1936 mit Nebenrollen in zwei Produktionen der Euphono-Film zu sehen gewesen. Danach verschwand sie weitgehend aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit und kehrte unter der Namensgurz von Marga Lenner als Schauspielerin und Sängerin zum Theater zurück. Fest-Engagements erhielt sie jedoch kaum mehr. Belegt ist eine Verpflichtung an die städtische Bühne von Innsbruck in der Spielzeit 1938-39. Filmografie 1919 Brutal-WA-Filmwerke 1920 Liebestommel-WA-Filmwerke 1920 Der Staatsanwalt-WA-Filmwerke 1920 Kolumbine Die Braut des Abhachen-WA-Filmwerke 1920 Ebbe und Flut-WA-Filmwerke 1920 Die Schwarze Rose von Kruska-WA-Filmwerke 1921 Sklaven der Rache-WA-Filmwerke 1921 Heinrich Heines Erste Liebe-WA-Filmwerke 1921 Strandgut der Leidenschaft-WA-Filmwerke 1921 Das Geheimnis der Grünen Villa-WA-Filmwerke 1922 Don Juan-WA-Filmwerke 1922 Die Schuhe einer schönen Frau-WA-Filmwerke 1922 Die kleine Stenotypistin-WA-Filmwerke 1922 Jimmy ein Schicksal von Mensch und Tier-WA-Filmwerke 1922 Die letzte Maske-WA-Filmwerke 1924 Übers Meer gehetzt 1925 Die zweite Mutter 1925 Das Lebenswürfelspiel 1925 Der Herr ohne Wohnung 1926 Metropolis 1926 In Treuestark 1926 Der Pfarrer von Kirchfeld 1926 Der Jüngling aus der Konfektion 1927 Prima Naliebe 1927 Das Heiratsnest 1927 Höhere Töchter 1927 Das Fräulein von Kasse 12 1936 Ein Lied klagt an 1936 Die Stunde der Versuchung Und dann Untertitelung des ZDF, 2020